Sehr schön, das heißt, wir werden das hier auch mal kurz in die Luft jagen. Uh, das hat schon fast ein bisschen wehgetan. Hätte ich vielleicht noch warten sollen. So, wo es unsere Batseals sind? Hier. Halt, reparieren. Kann ja nicht schaden. Ja, mach das mal. Haben wir eigentlich zwei sehr gute Waffen. Ich kann nichts sehen. Edwards? Ja, ja, ja. Übergehe nicht zu weit nach vorne. Ich mache ja schon. Gucken wir uns jetzt nicht zusammen. Uh, da kann ich hoch. Ja, ich darf es mal machen. Und hoffen, dass ich ähnlich viel Glück habe wie eben. Das lief eigentlich ganz gut, ne? Wir konnten viel, äh, oder ist das eine Ruine oder sowas? So, wir haben zum Glück ein Fernglas. Haltet den Vorteil, wir sehen es hier. Wir sehen die Gegner immer. Gucken wir mal, ob wir noch mehr spotten können. Hier waren jetzt keine zu sehen. Schwierig die jetzt Platze machen. Ah, der geht zurück. Und der andere? Hm. Der andere scheint da hinten zu bleiben. Das ist gut. Ja, ich glaube, der geht gleich wieder nach rechts. Dann warten wir noch mal kurz. Und dann kreimen wir uns den. Und dann machen wir den anderen Platz. Schön auch, wir sehen jetzt auf dem Radar und so, werden sie angezeigt, ne? Sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Ah, der kommt zurück. Muss dann einfach nur RB gedrückt halten, schon packt er das aus. Ja, das ist natürlich uncool. Ah. Der kommt da. Ich höre von links irgendwie noch Leute, aber das muss hinter diesem Hügel sein. Ich gucke mal gleich mal nach. Da ist er, okay. Mist, das war glaube ich die einzige Chance. Wenn ich die beiden jetzt platt mache und ich es versauere. Wenn dann hier wirklich noch ein Stützpunkt ist mit noch mehr, dann haben wir gleich alle am Hals. Ja, das ist so gut. Die Unterhaltung ist manchmal echt so ein bisschen nervig. Sondern wie wir es eben hatten, du bist der deprimierendste Mensch. Und machen sich alle gegenseitig fertig. Motivation in der Truppe ist wohl nicht mehr die beste anscheinend. Na toll. Der hockt sich da jetzt erstmal hin. Ah, sieht gut aus, ne? Hier die Steine und alles mit dem Moos bewachsen. Ja, schon hübsch. Willst du nicht wieder nach da hinten latschen? Na komm. Mist, ey. Ja gut, ich könnte jetzt wieder zurückgehen. Ansonsten, lass mal gucken, was wir da noch so finden. Auf der anderen Seite. Das wäre vielleicht auch... Oh, warte, warte, warte. Jetzt steht er auf. Na los. Beweg dich. Ah, weh, noch nicht. Hat sich da jetzt noch angelehnt. Super. Hätte ich das vorher gewusst? Ja gut, aber klar, wie soll ich denn das vorher wissen? Ja. Ja. Der muss weg. Oh, was für Worte hier. Die haben sich wohl alle nicht so gern. So läuft der jetzt weg, oder wo läuft der jetzt diesmal hin? Anscheinend läuft der wieder da hinten hin, oder? Ja, sieht gut aus. Das heißt, der andere... Weil es nicht hier links noch unmittelbar einer steht. Ist das jetzt unsere Chance. Sehr gut. Ich muss was trinken. Meine Füße bringen mich um. So. Puh. Den können wir uns gleich krass... Ich hoffe, der guckt mich nach hier. Ich muss pissen. Och, Gott sei Dank. Krieg hat... Oh, neue Nachkampfwaffe. Allerdings müssen wir dafür dann diesen Reparaturhammer weggeben. Und der ist natürlich echt ganz wichtig, ne? Nehmen wir mal ein paar Granaten mit. Was haben wir hier Schönes? Ah, nee, nee, nee. Ich bleib bei dem, was ich hier hab. Oh, mit Schalldämpfer. Dann nehmen wir natürlich lieber die, ne? Ja, das ist das Problem, ne? Also, die wissen das dann trotzdem. Also, wenn man halt daneben schießt. Ja, wir sollten dann schon treffen. Natürlich sind diese Schalldämpfer nicht so wirklich effektiv. Also, bisschen leiser, aber nicht viel. So viele Wege. Wo gehen wir lang? Immer die Qual der Wahl, ne? Ja. Welcher Weg ist richtig? Welcher zu gefährlich? Geht nur probieren und Glück haben. Wie immer. Also, irgendwas ist da. Ich seh' auch ein Feuer, aber... Ich seh' nie... Oh, da ist einer. Oh, sind einige. Ja, hier könnte ich runter und lang schleichen. Ah ja, schön ist, wenn man hier so ein bisschen rumguckt. Markiert die trotzdem auch, wenn man sie eigentlich gar nicht sehen. Okay, vier Stück. Die laufen zusammen lang. Das ist uncool. Aber anscheinend ist da niemand mehr. Wir könnten versuchen, unten drunter lang zu latschen. In den Katakomben. Wäre jetzt so eine Möglichkeit, ne? Also anscheinend gibt's da welche. Hm. Wo läuft der jetzt hin? Ja, guck mal, dass wir hier nach unten gehen. Woran denkst du gerade? So, wo geht der jetzt hin? Bitte sag, dass er wieder nach da hinten geht. Gut, dass wir uns hingelegt haben. Bitte. Oh, uncool. Das hat er mitbekommen. Das heißt, der will hier runter, ne? Ich hoffe ja nicht, dass er hierherkommt. Das wäre übel. Bitte kann er nicht aufhören. Wieso hat er das gehört? Ätzend. Oh, Glück gehabt. Ja gut, es ist auch relativ laut, ne? Mit einem Klapsspart mal eben hier so einen da zerstückeln. Wen denn finden? Okay, anscheinend wissen die doch schon Bescheid. Oh, das sieht ja gut aus. Okay, also die suchen jetzt nach mir. Na, klasse. Der kommt jetzt hier unten lang, ne? Oder? Ja. Ja. Boah, Mist, ey. Oh, verdammt. Mist, hier, ich nehme das. So, haben wir. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich glaube, das war's, ja? Puh, es war schon... Nicht ohne, echt nicht. Aber, wie immer gut gelöst, die konnten keinen einzigen Schuss abfeuern, weil wir die ganze Besatzung vorher schon plattgemacht haben. Schneeke. Also dann doch gar nicht so schlecht, ne? Kein Schuss abgefeuert heißt kein... Keine Gefahr für unsere... Betsy, Betsy, Betty, Betsy... Bass. Für unsere Black Bass.